servus und genau da wo wir stehen geblieben sind bei planet alpha fangen wir wieder an und es geht nach unten los ja wir wissen nicht was wir hier unten in der fabrik machen auf jeden fall ist die fabrik der aliens die diesen planeten gerade erobern sind man kann auf jeden mal sagen dass sie viele versuchsobjekte und angeeignet haben die konserviert haben und ja das genau jetzt dahinter steht weil sie noch nicht herausfinden jetzt weiter da kann ich durch für sagen dass die leser okay er kommt durch wenn er mich sieht mir hier tot ob ich doch ich dachte ich könnte es einfach okay aber das ist ja so so warum bewegen sich denn diese ganzen leichen teile da ach guck mal ich achte ich mache dann kann ich aber ich kann nicht ich möchte runter gehen war nichts ich kann doch runter hervorwissen müssen einfach mal es auf die lese barriere wir gehen aber durch den tüttel auch so ja ich muss die wahrscheinlich ablenken und dann hier hochzukommen ja ich glaube ich auch wohl geht auch einfach so längst haben wir schon getroffen jetzt auch nicht super viel wo kommen wir müssen das wird das und hier die scheiße und sich erst verfolgt hier okay blöd gleich drauf jetzt machst du mal was machst du mal jungen das macht okay ich gerade wie komme ich mir vorbei dann kostet weg geht umdreht ist nun auch schon reichen um die leiche wieder aufgekommen sein ich werde müssen draufgehen jetzt da kommt auch jemand auf gleich darauf zu marschiert wie soll man denen und die wegkommen aus nun nach 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 Merkwürdig. Ich muss mich längst spimmeln. Das geht nicht. Man kann das nicht schaffen. Möglich. Ich bin hier fest, Leute. Ich bin hier fest. 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 dass ich jetzt runter stürzen lassen können auf ihn drauf da man scheint gar nicht so intellektuell zu weit physisch auch schon pflanzen geht auf man verstecken kann und es noch immer irgendwie ablenken ok zu wild abgelenkt da könnte ich hochkommen irgendwas gehen was ich längst ok es an ein robber den wir hinziehen können schau an schau an ok da liegt noch einer ok ok ich denke hier unten sitzt da kann ich leider voll abschießen da kann ich über die rühre springen hier auch hier rein in der schwerelosigkeit mal wieder aber auch spaß darum geht es ein bisschen schnell ich schreibe oh nein wir müssen schneller sein was kriegen wir auch hin und ich hätte da hoch sollen ah wie dumm noch einmal er kommt erst wenn ich hinten an die wand ran gehen ok ok da muss man schnell sein hier rein in der schwerelosigkeit hier rein in der schwerelosigkeit Ah! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Ah! O, ei, ei, ei! Okay, da habe ich durch speeden müssen. Hey, nochmal. Ei, ei, ei! Wir haben es geschafft. Hier. War nicht schlecht. Ich bin wieder dran gewöhnt, dass man nicht so viel springen kann. Woher ist er? Woher? so die oscars kommen wieder heißt wir werden gleich wieder bestimmt wo wir sehen können heute schon gekommen sind in dieser welt jetzt kommen akku fahrts dazu ok 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 er schießt einfach kaputt ich glaube nicht wenn ich noch meine bewegung mit gut recht lügt doch warte wo ich es gehen Hm? Das heißt, ich kann den Stein gleich durchschieben, wenn er weg ist. Oh, Mist. Was hat er gespeichert oder muss ich das Ganze nochmal machen? Mann, das sieht aus wie... ...lupft von anderen Sternen. Das war ein Augsburger Puppenkist in der Serie. Genau so sieht das aus. Wir müssen hier warten, wenn der Roboter den anderen Weg wieder geht. Oh, echt. Ich wollte mich gerade losbewegen. Wollte ich ja nicht sehen. Ich wollte mich gerade bewegen. Dieser Schwachwartenbus. Oh, das ist ja noch so gut, was ich gerade. Aber noch. Oh, das ist ja noch so gut. Oh, das ist ja noch so gut. Aber noch. Nein, 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 nein. Der ist ein bisschen nicht dem da vertrauen müssen. Geht, sag mal, sag mal. Okay, dann müssen wir doch ein bisschen warten. Ja, was er? Oh oh! Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr aufhören. Ich kann nicht mehr, ich weiß, was ich kann. die musik hört man das heißt er muss aber nie ist das nicht, es ist weg es ist wie die war denn? Warte mal. Kann den Weg geben. Geht's da hoch? Wie eine Katze, ne? Leopardenartig. Das Ding ist ankommen. Ich weiß es nicht. Bevor wir das nächste Mal, bevor wir das jetzt erstmal rausfinden was es ist, gucken wir uns das nächste Mal an. Danke euch nochmal fürs Zuschauen. Vielleicht kommt nächstes Mal wirklich eine Zusammenfassung des Spiels. Einfach mal, weil das ja wirklich sehr, sehr ähnlich ist die ganze Zeit. Aber ich hoffe es euch trotzdem Spaß gemacht. Wenn ja, Daumen nach oben da lassen. Eventuell auch ein Abo, wenn ihr das erste Mal hier seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.